Der 21, Barco, und da ist er. Der erste Schuss aufs... Und jetzt, da haben wir diesen Teitel und Schuss und wieder gehalten. Super, sehr gut, muss man sagen. Aber das ist der Torwart hier in den ersten drei... Was glaubst du denn, was glaubst du, wie das heutige Spiel ausgeht? Ich vermute, ich gebe mal einen Tipp ab. Nagelt mich nicht darauf fest, aber ich sage mal drei Einzelnen. Das ist Lukas. Wir haben viel Platz auf den Außen und darüber soll auch gespielt werden. Und ich habe mich von der Tribüne... Deine Füße sind ja auch nach vorne gerichtet. Ich habe eine Frage, sag mal, Fußball, ist das Football? Habt ihr eine Beziehung zu Football? Nein. So langsam, viel nachgespielt wird wahrscheinlich nicht. Also verdiente Führung, da sind wir uns alle einig. Also mehr Ballbesitz, auf jeden Fall ab und zu ein paar kleine Fehler im Aufbauschen. Ist ja auch nur ein Mensch. So, na, weg mit dem Ding. Muss man ja rechnen mit einer Verteidigung als Fußballspieler, ne? Ja, uuuh. Uuuh, toll. Burkhard. Direkt an den... Das Verschieben, ne, wenn du noch einen draufsetzen willst. Ballorientiertes Verschieben, das heißt also praktisch gucken, wo der Ball ist und den irgendwo hinschießen, wo man möchte, dass er bleibt, ne? Wenn Sie schieben ihn nicht. Ne, nicht verschießen, verschieben. Ja, das war gut draufgegangen jetzt. Wieder Ötchan. Kölner, in Köln geboren auch. Jede Jack ist anders. Können wir hier ganz besonders. Der Salzing kommt rein, der spielt auch in der Mitte bei denen. Ja. Der kommt für Hasic. Siehste, haben Sie mich gehört. Natürlich. Aus Sarajevo. Mittlerweile das halbe Team von Sarajevo auf dem Platz. In Deutschland sowas wie RB Leipzig, die haben eine sehr gute Jugendarbeit seit vielen, vielen Jahrzehnten habe ich gehört. Du, es war, also verschiedene Vereine wurden schon nirgends. Ist ein harter Job, deswegen, ich sag ja. Leute, wir schalten kurz rum hier. Ah, ich hab das gut gesehen, aber. Naja, du musst, wenn du, was erwartet man, wenn man so umstellt. Ne, pass auf, Keitel hat ja auf der rechten Position weiter vorne gespielt, der geht raus. Ja, dafür kommt ein eher defensiverer rein. Und da Baku eher die offensive Rolle auch kann, steht... Weder im Kommentatorenbereich als auch dann tatsächlich in dem, was ein Trainer dann zur Mannschaft sagt, wie die Mannschaft das dann interpretiert hat.